Hallo Leute, heute sind wir bei Sport65. Hi Rudi, herzlich willkommen bei Sport65, schön, dass du da bist. Wie du vielleicht siehst, wir sind ein Sportgeschäft und Reiseveranstalter hier in Weinheim. Unser Fokus liegt auf Wintersport, Wintersportreisen, Skireisen, aber auch den Sommer haben wir bei uns hier ausgebaut. Wir machen eine eingehende Laufanalyse, haben jede Menge Laufbekleidung da, Laufschuhe logischerweise oder auch alles für den Bikesport, was den Textilbereich angeht, Klamotten, Helme, Brillen, alles was du brauchst oder auch einen E-Bike-Verleih für die ansässigen Weinheimer hier, die das Ganze mal ausprobieren möchten oder Touristen, die sich vielleicht nach Weinheim verlaufen und unsere schöne Region mit dem E-Bike erkunden möchten. Und was hast du für unseren Gewinner heute? Ja, für unseren Gewinner haben wir was ganz Besonderes heute. Und zwar einen Geschenkgutschein für eine komplette Laufanalyse hier bei uns im Shop mit natürlich dem passenden Schuh dann auch dazu. Das ist eine große Klasse. Vielen Dank für den tollen Preis. Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Nichts zu danken. Unser Laden ist prall gefüllt mit potenziellen Weihnachtsgeschenken. Wir haben einen riesigen Parkplatz hier vor der Haustür und freuen uns natürlich auch, wenn vielleicht das ein oder andere Weihnachtsgeschenk aus unserer Produktpalette hier bei Ihnen zu Hause unter dem Weihnachtsbaum wandeln. In diesem Sinne vielleicht oder hoffentlich bis bald und ganz frohe Weihnachten von uns.